hey you guys willkommen zurück zu uncharted drakes schicksal ja wir sind hier am weiter vorrücken und haben festgestellt oh fuck hier sind ja fallen das wurde uns offenbart von dem jungen herren hier vorne der war betatester für die fallen deswegen sollten wir da uns ein wenig vorsehen glaube ich kann ich am oberen dran gekommen nice dann können wir hier einmal quasi oh so that was really close ok 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 erst mal hierhin zurückziehen ja 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 ruhe im karton meine fresse ey eine ecke jagt hier die nächste oh warte mal nee da sind das immer hingekommen ne so ich meine ah siehst du ich wusste dass hier noch was war weil ich nämlich so assi versteckt das wusste ich noch weil ich nämlich als ich den das gesammelt habe damals bin ich des öfteren mal über den rand der welt gesprungen sozusagen und eben weil ich das gemacht hatte war mir noch klar da ist noch wenig scheiße so ja ich da ja ich ja hab ich da ja das tut morgen weh Morgen? Das tut jetzt bereits weh. Erstmal neben Regenerieren. Leben Regenerieren. Keine Risiken. Nein. Böse. Böse. Mist. Ich sage, ich ziehe mich erstmal wieder zurück. Meine Freunde. Oh, ist hier so gut, hier? Oder haben wir noch mehr Experten, die Ihren Senf dazu tun wollen? So, hier heißt es natürlich Vorsicht, weil das ganze Ding hier gespickt ist mit Fallen. Man sieht das sehr schön. Da fragt man sich natürlich, wie die es geschafft haben, die Dinger nicht zu aktivieren. Aber gut, soll uns egal sein. Wir kommen weiter. Das hier oben ist doch auch eine auffällige Ecke, oder nicht? Siehste? Na ja. Mal gucken, wie viel wir am Ende zusammen haben. Auch wenn wir nicht planen, alle zu sammeln. Es ist ja dann doch ganz interessant, eventuell zu sehen, okay, guck mal, so und so viel haben wir zusammen gekriegt. Ohne wirklich danach zu suchen. Oh, schöner Ausblick. Ich sehe schon, wo wir hochklettern können. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, das ist zwar Kapitel 5. Die Festung geht Schlag auf Schlag hier. Upa. Erstmal ein bisschen so, dann schwenken. Schwing dein Ding. Lieber einmal mehr Anlauf nehmen. Uh. Zack, zack. Auf hoch, nicht runter sehen. Ja, ja. Uh. Nein, Drake, nach rechts. Gott sei Dank. Ja, so ein bisschen, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht gleich wieder in eine Schießerei über. Das stinkt schon förmlich danach. Oh ja, vielleicht auch nicht. Oh, das darf nicht wahr sein. Oh, hier war ich doch schon mal. 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 Oh, das war ein wenig knapp. Kehr, Drake. Ja, du wolltest danach suchen. Wert Schatzsucher, haben sie gesagt. Ist bestimmt lustig, haben sie gesagt. Fluch. Das muss ja sein. Der quasi wirkt. Oh. 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 Oh, oh. Ach du Scheiße. Äh, ja. Guys, guys, ganz ruhig. Oh, fuck. Uh. Oh, warte. Wo nie. Äh. Ah, da oben. Schießen. Hammer nachladen. Safety first. Rescue the telephone. Nochmal, ich bin kein Bulle. Wenn ich Bulle wäre, würde ich das hier nicht machen. Logischerweise. Munition nehmen wir immer mit, weil Munition. Also, jetzt... Jetzt müssen wir aber mal reden, mein Freund. Das geht ja schon nicht weiter. Ach, 90 Schuss ist das Maximum bei der Knarre. Okay. Ja, dann, wenn das das Maximum ist, dann fangen wir doch mal ein bisschen an rumzuschießen hier. Aha. Ne, ich hab die lieber. Ist genauer. Oh, Ausguck. So alte Festungen, die haben schon was für sich. Also, ganz klar. Muss ich sagen. Ach, das schlingt doch schon wieder. Wir gehen trotzdem einmal noch hier rein. Einfach umzugucken. Er hätte ja sein können, ne? Ach, du Hörer. Na, jetzt weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das bereuen werde. Hallo? Von wo schießen die denn auf mich? Das war doch schon alles sauber. Verarscht mich doch nicht, Leute. Von wo ballern die denn? Hallo? Ach, leck mich doch. Ich seh schon, jetzt in der letzten Folge, die letzten Minuten, da kriegen wir nix Gescheites mehr auf die Beine gestellt. Wir ziehen uns mal hierhin zurück. Ja, das frag ich mich auch gerade, Drake. Was ist das? Wenn ich nach der Musik gehe, nein. Nein. Deine Musik. Ah! 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 einen schönen backflip gemacht wo kommen wir hierhin kommst du den weg du freige alter dann über die noch mal okay keine bedrohliche mucke mehr ich schließe daraus dass wir erst mal clean sind money money ist immer gott das sieht für mich ganz so aus als müssten wir die treppe hoch warten was er denn hier schauen wir mal was hier oben abgeht im moment nichts das heißt allerdings nichts und da müssen wir hin so wie es aussieht das nehmen wir dankend mit kommen lässt ich würde sagen dann einmal drum rum gucken wir mal was da noch so abgeht nicht wirklich was ne mal gucken vielleicht schaffen was ja noch ins nächste kapitel rein ich weiß dass die im anfang noch recht kurz sind und dadurch flug das eigentlich ganz gut ne helena ist elena ist weg spur von ihr das kann sehr gut oder sehr schlecht sein ja das ist wohl war das ist ja alles dokumentieren reporter und so weißt du doch hallo buka pinto es klappt nein tut es nicht nicht gut ne überhaupt nicht gut neues kapitel so kinders aber hallo hilfe schau schauen wir mal wo die schießerei mal eben noch fertig kriegen sieh das ist ja das ist wir nicht das ist das ist w Oh, da haben wir die wieder mit. Wo ist da noch einer? Kann ich hier durch? Nein. Nartul-le-Mont-Nein. Wow. Ach, da. Ach Gott. Naja, egal. Dann kommen wir hier raus. Alles klar, Kinders. Dann sage ich an dieser Stelle jetzt zu euch. See you, guys. Und ja, schaltet wieder ein. Wenn es weiter geht mit Uncharted, Drakes Schicksal. Hey, you guys. Hat es euch gefallen? Gut, nun gibt es ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1. Das Video wird nicht geteilt. Regel 2. Das Video wird nicht geteilt. Regel 3. Lass ein Däumchen da. Regel 4. Wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5. Wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production. Wir sind Core Gamer Production.